Und zu Bonjour Berlin begrüße ich jetzt Mariam Lau von der Wochenzeitung Die Zeit. Einen schönen guten Tag, Frau Lau. Guten Tag, Frau Augustin. Erstmal ganz grundsätzlich, wie beurteilen Sie das Verhalten der neuen griechischen Regierung? Ist das jetzt nur eine politische Show, Stärke zeigen, ein Pokerspiel, um die Verhandlungspartner gefügig zu machen? Oder ist das tatsächlich der Anfang einer neuen Politik? Ja, ich habe heute irgendwo gelesen, dass in der Person von Alexis Tsipras sozusagen Good Cop, Bad Cop, der böse Polizist und der nachgiebige Polizist in einer Person vereint sind. Also er signalisiert in Griechenland Härte, hat aber nach Brüssel und auch nach Berlin jetzt schon gefunkt, dass man über vieles reden muss und wird das ganz sicherlich auch tun. Aber ich glaube, man soll sich nichts vormachen. Wir waren ja viele, auch Experten und Kenner der politischen Szene in Griechenland, waren überrascht, wie schnell sich diese äußerste linke Partei mit der äußersten Rechten zusammengetan hat. Und ich glaube schon, dass man das als Vorzeichen eines Aufstands der Populisten in ganz Europa betrachten kann. Und da heißt es natürlich wirklich jetzt zusammenstehen für die Länder der EU. Um bei Ihrem Bild zu bleiben, bei den Cops, wie sollte denn die EU jetzt mit denen umgehen? Also auf gar keinen Fall, finde ich, darf man dieser Forderung nach einem Schuldenschnitt, die ja auch schon zurückgenommen wird, nachgeben. Man muss insistieren darauf, dass die Steuern eingetrieben werden, genau wie Martin Schulz das gerade gesagt hat, dass die Korruption bekämpft wird, dass der Klientelismus aufhört. Und Cipras hat signalisiert, dass er auch all das tun will, hat aber bisher, finde ich, nur Schritte nach rückwärts getan. Also zum Beispiel abgesagt, dass der Hafen von Athen privatisiert wird, versprochen, dass die entlassenen Staatsdiener wieder eingestellt werden, was, glaube ich, auch sein Koalitionspartner gefordert hat. Das sind alles Leute, die aus den Altparteien kommen, dort gegen jeden Reformschritt sich gewehrt haben und die jetzt darauf bestehen, dass wieder das alte Pöstchen, Geschacher und so weitergeht. Das sind die Leute, mit denen er sich zusammengetan hat, ohne Not. Denn es gibt ja eine reformwillige Partei, mit der er sich hätte zusammentun können und die nicht mit den alten Establishments verwandelt sind. Das hat er nicht getan. Er will in diese Richtung, er will keine Reformen. Sie haben jetzt andere Länder schon angesprochen. In Spanien sind am Wochenende tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Sparpolitik in ihrem Land zu protestieren. Denken Sie, dass sich jetzt auch andere Länder wie Portugal oder Italien zum Beispiel dieser griechischen Politik anschließen könnten? Das denke ich auf jeden Fall. Also was hier im Gange ist, ist auch, glaube ich, so eine Renaissance dessen, was früher in den 70er Jahren mal Eurokommunismus hieß. Also wirklich ein richtig großes politisches Projekt. Da geht es nicht einfach um ein paar finanzielle, finanzpolitische Stellschrauben, sondern um ein großes politisches Projekt gegen den sogenannten Neoliberalismus, gegen die Austeritätspolitik, die die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung ja zu Recht, finde ich, Reformpolitik nennt. Also das darf man gar nicht zu klein veranschlagen, was da passiert, politisch auch. Ein Linksruck also. Dazu passt auch, was Gregor Gysi gesagt hat, dass nämlich das Verhalten Griechenlands jetzt ein Zeichen dafür ist, dass die Troika-Politik mit der EU-Politik, die Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, gescheitert ist. EU-Kommissionspräsident Juncker plant jetzt offenbar, die Troika abzuschaffen. Würden Sie auch von einem Scheitern sprechen? Also die Troika war natürlich wirklich nicht politisch legitimiert. Und wenn man sich diese Vorgehensweise anschaut, die Griechen schicken der Troika nächste politische Schritte und da wird einfach an den Rand geschrieben, geht nicht und so weiter, so läuft das natürlich nicht. Also ich finde auch, dass die EU sich darüber im Klaren werden muss, dass man da Fehler gemacht hat und dass man die griechische Regierung da in eine schwierige Position gebracht hat. Aber nochmal, von Griechenlands Regierungen müssen massive Reformschritte kommen, zum Beispiel eben die Steuern eintreiben. Und solange das nicht passiert, finde ich, kommt man nicht zusammen. Man muss aber natürlich zusammenkommen. Und was ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, sind die Blicke in Richtung Russland. Also damit verbinden sich jetzt die beiden großen Konflikte, die in der EU stattfinden. Also einmal der mit Griechenland und dann der mit Russland. Zipras zieht jetzt die russische Karte. Vielleicht helfen uns die Russen. Putin ist das auch sehr recht, einen Keil in die EU zu treiben. Also wenn man jetzt nicht sehr, sehr aufpasst, hat man, glaube ich, ein riesengroßes Problem, wenn man jetzt nicht zusammensteht in beiden Beziehungen, sowohl gegenüber Russland mit den Sanktionen als auch gegenüber Griechenland. Sind wir gespannt, was für ein Konzept die griechische Regierung da vorlegen wird. Schauen wir aber nochmal auf ein anderes Thema, nämlich auf den Bundesparteitag der AfD. Da ist ja doch sehr lebhaft, um es mal milde zu sagen, diskutiert worden. Es gab Zwischen- und Buchrufe und zum Teil auch ganz absurde Forderungen. Was für ein Bild hat die Partei da Ihrer Meinung nach abgegeben? Ja, das ist wirklich ganz interessant. Also man hat ja offiziell jetzt der Forderung des Vorsitzenden nachgegeben, dass es künftig nur noch einen Vorsitzenden geben soll und der wird Bernd Lucke heißen. Aber so wie sich die Partei da präsentiert hat, ist ja schon abzusehen, dass das nicht durchzuhalten ist. Weil jetzt schon auf diesem Parteitag auch klar geworden ist, dass diese Stimmen, die vor allen Dingen zum Beispiel aus dem Einwanderungsthema ein politisches Kapital ziehen wollen, dass die nicht verstummen werden. Und dass diese ganze Masse von Ressentiments, die in der Partei schwelt, die wird sich nicht beruhigen lassen. Also Lucke steht ja eher für den wirtschaftsliberalen Kurs und hat aus diesem Grund zum Beispiel im EU-Parlament für Sanktionen gegen Russland gestimmt. Und dafür hat er von der Partei gleich wieder auf den Deckel bekommen, weil das nicht die Linie der Partei ist, die ja auch sehr russlandfreundlich ist. In Bremen sind ja am Wochenende, dort hat ja der Parteitag stattgefunden, einige tausend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die AfD und auch gegen die islamkritische Pegida-Bewegung zu demonstrieren. Ist die Versuchung da, mit den Themen der Pegida auch Wähler für die AfD zu rekrutieren? Wie schätzen Sie das ein? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Leute in der AfD, denen das aus der Seele spricht und die ohne weiteres da mitlaufen können. Alexander Gauland selbst hat das ja auch schon gemacht, ist dort gewesen und hat den Schulterschluss gesucht. Also ich glaube, da passt zwischen viele kein Blatt. Vielen Dank. Das ist allerdings eben was anderes, Entschuldigung, das ist eben wirklich was anderes als der Kurs, den Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel wollen, eben diesen wirtschaftsliberalen, eurokritischen Kurs. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Mariam Lau. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.